Servus Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Sabotage auf der Map District. Wir sind heute in Teams 3 gegen 3. Nein, es sind nur 2 gegen 3, weil einer noch im Zuschauermodus ist. Und ich hab mal wieder die M4. Ich glaube, ich brauch meine Klasse diesmal wieder nicht erläutern. Hab ich ja schon zweimal davor gemacht. Wieder heute unter Freunden natürlich. Und da ist die Bombe. Wir haben wieder die Bombe und es geht jetzt mal los. Ich muss mich am Anfang von der Aufnahme immer ein bisschen orientieren. Und hab mal wieder überhaupt nicht reagiert. Das ist ja üblich für meine Aufnahmen. Also ich kann euch garantieren, wenn ich nicht aufnehme, dann spiele ich besser. Ja, nochmal so aus Verteidigung. Ne, Quatsch. Also ich hab ab und zu mal gute Tage, sage ich jetzt mal. Dann hab ich mal wieder schlechte. Heute hatte ich eigentlich schon ein Spiel mit einer KD von 50 oder 51 zu 11. Und irgendwie hab ich das Gefühl, dass es heute scheiße wird. Ich hab euch ja versprochen, mal keine Failrunde zu machen. Weil ich ja letztes Mal eine ziemliche Failrunde hatte, um ehrlich zu sein. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen anstrengen. Mensch, ich stehe hier voll unter Druck. So, hier ist kein Schwein. Aber hier ist die Bombe. Das heißt, hier ist auf jeden Fall einer. Okay, da ist erstmal einer von mir. Jetzt lauf vor. Meine Güte. So. Da kommt gleich jemand um die Ecke. Okay. Da drüben ist jemand. Natürlich ist da jemand. Ja, schön von hinten erledigt, so wie es aussieht. Genau, der ist von da gekommen. Wir haben leider kein Kill mehr gemacht mit der Granate. Obwohl ich eigentlich dachte, dass da jemand war. Und wir haben schon wieder die Bombe verloren. Ja, geil. Übrigens, jetzt ist es 3 zu 3. Okay, wo kommt der lang? Er kommt da hinten rum und da läuft er da oben rüber. Das versuchen wir natürlich zu verhindern. So, der ist noch da hinten. Wow, wow, wow. Drei Leute. Von vorne zwei und einer von der Seite. Alter, leck mich doch am Arsch. Ey, das war jetzt nicht wirklich gut. Na gut, 3 zu 4er KD. Ich achte jetzt sehr auf meine KD. Ja, also, verdammt. Da hinten ist jemand. Ja, den haben wir. Okay, wir haben nicht mehr arg viel Zeit. Verdammt, und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Nein, verdammt. Okay. Und warum rennt der nicht los? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich werde sowieso so oder so gekillt. Das heißt, schade. Schade. Okay, die erste Runde haben wir verloren. Leider. Obwohl Erkender ein bisschen gepennt hat. Ey, das kotzt mich jetzt an. Der stand da ewig am Spawn rum und rennt nicht sofort los, wenn die Bombe doch da ist. Naja. Gibt es hier eigentlich jetzt noch eine zweite Runde? Weil, ich weiß nicht, was der Serverleiter, das ist übrigens Holz hier jetzt für Einstellungen getroffen hat, ob es jetzt gleich in die nächste Map oder in den nächsten Spielmodus wechselt. Ja, das frage ich mich auch gerade. Seit wann geht das nur bis 1? Ach so, mit Seitenwechsel. Aber den gibt es irgendwie hier nicht. Jetzt zählt schon runter für die nächste Map. Ja gut, dann machen wir heute halt mal zwei Spielarten. Sabotage auf Block. Meine Lieblings-Map. Ja, da hatte ich ja letztes Mal so abgefehlt und schlechte Erinnerungen kommen hoch. Wir gehen SES mit der M4 und sind wieder im relativ gleichen Team. So. Und diesmal machen die alle blatt und der Typ mit dem komischen Namen, der verpisst sich auch gleich wieder. Ich sichere erstmal hier schön die Bombe. Na, wo kommen denn die... Ich werde hier bestimmt gleich wieder als Camper beschrieben, wenn ich hier mal 10 Sekunden verweile. Hinter mir ist jemand, das kann aber kein Feind sein. Also bitte. Hallo? Darf ich mal fragen, wo die Feinde ableiben? Wir haben die Bombe verloren. Ha, okay. Das Ziel verteidigt. So, den haben wir. Wenn auch ein bisschen, äh, viel Schüsse gebraucht, aber... Verdammt! Dem bin ich nicht hinterhergekommen. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen Fail, aber wir haben's geschafft. So, ich nehme mal das RPD hier auf. Können ja vielleicht noch hilfreich sein. Dann rennen wir mal irgendwo hin. Auf jeden Fall nicht in die Nähe von unserem Ziel. So. Akendo hat uns ein bisschen den Weg freigemacht. Da oben ist jemand. Das ist ein Feind, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Der hat mir aber ganz schön zugesetzt jetzt. Okay, wir haben eine Drohne. Ich hätte auch noch eine und da kommt jemand in den Schatten rum. Das ist eine von uns. Akendo, äh, Holzi, geh mal bitte vor. Danke dir. So, das sind zwei unten. Ich würde sagen, wir begrüßen die einfach mal. So, vor mit dir, bitte. Vor mit dir, Junge, Junge. So, wir setzen unsere Drohne ein. Verdammt! Ich war gerade mit der Hand auf der Sechs und da kommt der von vorne angeschossen. Ja, Scheiße. Okay, wir haben die Bombe aber wieder zurück und wir setzen die Drohne ein. Schöne Runde bis jetzt. Macht Spaß, auf jeden Fall. Ähm, 3 zu 1, Akade. Okay. Die Bombe ist wieder frei. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nicht aktiv drauf, sondern wir, uns bleibt im Prinzip keine andere Wahl außer, Alter, ich dachte, der hat die Bombe. Verdammt, der kommt geschossen um die Ecke, da habe ich jetzt nicht unbedingt aufgepasst. Da hätte ich vielleicht aufpassen müssen, dass ich nicht aus dem Eingang rausschieße, dass der uns sieht. Egal, es geht weiter. Wir haben noch nicht verloren. Noch nicht. So, der kommt hier raus. Scheiße, die haben eine Drohne, das ist jetzt nicht unbedingt so anstrebenswert für uns. Na, da bist du doch. Junge, Junge, ich sehe dich, aber ich treffe dich nicht. Achtung, ja, kein Ohr, geh mal vor mir, deine scheiße Sniper, du verreckst sowieso elendig, das wette ich mit dir, aber egal. Wow. Okay, äh, ich habe falsch gewettet, Super Akendo. Muss ich jetzt echt mal Respekt sagen. So. Wir gehen natürlich außen rum, da, hier kommt gleich einer um die Ecke. Komm, ich komme um die Ecke. Nein, ich habe immer für völlig falsche Vermutung. Okay, die Bombe wurde platziert, das ist gut. So, den haben wir mal ohne Scope. Oh, verdammt. verdammt, was mache ich da, ich ziehe nach oben und, na gut, ich habe mich trotzdem erwischt. So, wir haben ja immer als lebendige Claymore gearbeitet, haha, ach, mein Gott, die Witze sind überwärmlich. Ja, und unglaublich, wir haben gewonnen. Sie schalten, oh, verdammt, Teamkill. Ach, Mist. Jetzt muss ich einfach mal schreiben, Teamkill. Oh, ich wusste nicht, dass sowas geht. Tut mir leid, Holz, tut mir echt leid. Gut, wir werden noch eine Runde aufnehmen, ich glaube, dann ist meine Festplatte auch endgültig voll. Eine Runde Sabotage nehmen wir noch auf, dann sind es drei und jetzt steht es nämlich eins zu eins, für mich halt persönlich. Wir sollten die gleichen Teams machen oder andere Servereinstellungen benutzen. Naja. Ja, machen wir mit Seitenwechsel, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 11. So, Sabotage auf Bog. Oh, Bog, das ist eine super Map. Hoffentlich ist meine Festplatte nicht gleich voll. Ich mag die Map echt, obwohl ich da viele Tode habe, aber auch sehr, sehr viele Kills. Es gibt ja manche so Maps, besonders so kleine wie Bog, da hat man, hm, ziemlich viele Tode. So, Marines, M4 und weiter geht's. 3 zu 1, Hilfe. 3 gegen 1. Kommt schnell. Connected, ihr Penner. So, holzt sie raus. Hm, was wollt ihr? So, keiner kriegt die Bombe, ja? Außer ich. Der wäre draußen. da ist sie. Okay, ich, wir sollten besser zielen. Äh, ich sollte das Ganze mal so, so. Na, komm schon. Traut euch vor, holt sie. Alter, Alter, warum treffe ich nicht, ich scope immer weg, also ich ziehe immer weg. So, wir haben die Bombe schon mal. Alter, was mache ich da, warum behalte ich mein Red Dot nicht drinnen? Oh, verdammt, das kotzt mich an. Ich muss mal nicht mehr an meine Maus anpassen, so ein bisschen. Gut, egal, wir haben die Bombe noch nicht verloren. Da habe ich gerade aus dem Augenwinkel was erkannt, das kann aber auch eine Täuschung gewesen sein. da hinten. Oh, verdammt, das klingt nicht gut. Na, toll, vorbeigeschossen und wir sind auch noch zu zweit, warum kommt er, kennen noch nicht rein. Ach ja. So, 3 gegen 2 ist natürlich bei Sabotage ein bisschen doof. Ich sollte mehr zielen. ein bisschen besser zielen. Na, komm schon, du bist doch da hinten. Mal wieder scheiße reagiert und wir verrecken gleich wieder. Toll. Akendo, komm in unser Team, du Penner. Okay, feindliche Drohne, das ist nicht gut. Danke dir, danke dir. So, den hätten wir aber auch gekriegt. Lauf vor, Junge, sonst legen die uns beide auf einmal und toll. Das ist gerade so scheiße. Heutz, du weißt schon, dass hinter dir wahrscheinlich jemand ist gerade. Egal. ich wollte es ja nur mal erwähnen. So, Tobi hat noch die Drohne aktiviert, bevor ich ihn umbringen konnte. Scheiße, bist schade. Kannst dir was aussuchen? Also. Nach. Spät. So, da hinten. Ach, du Scheiße, ist der schnell. Wow, wow, wow. Da waren noch gerade zwei. Jetzt habe ich die voll aus den Augen verloren, weil ich geschossen habe. Ich bin gerade ein bisschen zu schießwütig irgendwie. Verdammt, der kriegt... Ah, ne, jetzt hat er es ja. Na, komm schon. So. Die Bombe wurde platziert, das ist definitiv nicht gut. Oh Mann. Jetzt hat er uns von hinten erledigt, aber wir, wir schaffen das los. Holzi, renn mal zur Bombe oder so. Vielleicht wäre das ja hilfreich. Ich will ja nichts sagen. Ja, so offen rennen ist scheiße, aber Holzi, warum bist du nicht zur Bombe gerannt? Verdammte Kacke. Na ja, jetzt haben wir zweimal verloren in unserem Team, einmal gewonnen, das einmal, weil wir auch in Unterzahl sind, voller Grund und so, ne. Das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, das war jetzt mal ein bisschen besser wie letztes Mal, war schon, irgendwie so von der KD her. War vielleicht ein bisschen kürzer, weil wir nicht richtig mit Seitenwechsel hatten und dadurch auch kein richtiges System und so. Also hier bei Sabotage gibt es dann normalerweise nach zwei Runden oder so Seitenwechsel und also weißt du schon, Mal gleich ein paar Runden nebeneinander, hintereinander. Ich verabschiede mich dann, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.